Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dritter Tag. Novena unserer lieben Frau zur wundertätigen Medaille. Maria, unser Schutz. Betrachten wir unsere unbefleckte Mutter, wie sie in ihrer Erscheinung zur Schwester Katharina spricht. Ich selbst werde mit euch sein. Ich verliere euch nicht aus dem Auge und werde euch überreiche Gnaden vom Herzen Jesu, meines Sohnes, erbitten. Sei auch für mich, o unbefleckte Jungfrau, der Schild und die Hilfe in allen Nöten. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiligste Jungfrau, ich glaube an deine heilige und unbefleckte Empfängnis und bekenne sie. O reinste Jungfrau, Maria, durch deine unbefleckte Empfängnis und ruhmvolle Auserwählung, Mutter Gottes zu sein, erlange mir bitte von deinem geliebten Sohn die wahre Demut, die reine Liebe, den treuen Gehorsam, die ganze ungeteilte Hingabe an Gott. Ich bitte dich im Vertrauen auf dein heiliges Versprechen, dass du allen, welche die Medaille zu Ehren deiner unbefleckten Empfängnis tragen, große Gnaden zukommen lässt, um die Gnade, hier die Bitte zu formulieren, wenn sie denn zum Heile meiner Seele gereicht und der Seele jener, für die ich dich bitte. Für die ich dich bitte.